Nicht nur die Touristiker, sondern ganz viele Menschen hoffen natürlich, wenn man so will, auf die Erlösung durch einen Impfstoff. Drei mögliche Impfstoffe gibt es derzeit, die kurz vor der Zulassung stehen dürften. Zuletzt sind die Universität Oxford und das Unternehmen AstraZeneca vorgepleischt und haben gemeldet, dass ihr Impfstoff bis zu 90 Prozent Wirksamkeit zeigt. In den Wochen zuvor waren es BioNTech und Moderna, die sogar Wirksamkeitsraten von mehr als 90 Prozent angegeben haben. Bei uns in Österreich soll ein Impfstoff bereits Anfang nächsten Jahres zum Einsatz kommen. Wie es heißt, dabei sollen dann eben Risikopatienten, ältere Menschen und das Gesundheitspersonal zuerst geimpft werden. Und über die Impfung sprechen wir jetzt mit Günter Mayer von der ZIP Wissenschaft in unserem Interviewstudio. Danke Günter, dass Sie noch immer da sind oder schon wieder da sind von den vielen Sondersendungen. Wir wollten jetzt über den Impfstoff sprechen. Der soll ja schon Anfang nächsten Jahres zum Einsatz kommen. Die Frage, die sich sicher alle stellen, sind die alle gleich gut, diese drei Impfstoffe? Kann man sich das dann aussuchen? Welcher ist der richtige für mich? Ob sie jetzt ganz gleich gut sind, das ist die Frage. Aber jedenfalls sind alle drei sehr gut. Und das zeigen diese Tests mit einer Wirksamkeit von 95 Prozent. Das hat niemand zu hoffen gewagt, muss man sagen. Und dass das jetzt so gut funktioniert, ist darauf zurückzuführen, dass man eben sehr, sehr lange schon vorgetestet hat. Und dass man hier diese neuen Konzepte schon in der Hand hatte eigentlich. Und das jetzt genau auf dieses Virus abstimmen konnte. Das mit dem Aussuchen ist so eine Sache. Das werden jetzt Mediziner beurteilen, bis es überhaupt einmal zur Zulassung kommt. Da sind sehr, sehr viele Expertinnen, sehr viele Wissenschaftler dabei, die sich das ganz genau ansehen werden. Und schlussendlich ist es ja so wie bei einem Medikament. Da können wir auf unsere gut ausgebildeten Medizinerinnen und Ärzte schon zählen, die dann jeweils jedem wahrscheinlich jenen Impfstoff empfehlen werden, der für ihn das Beste ist. Und wenn die Impfstoffe alle wirklich sehr sicher sind, dann wird sich hier auch kein großes Problem ergeben. Worin liegen denn die Unterschiede bei den Impfstoffen? Es sind in diesem Fall die modernsten Konzepte am Zug, die jetzt am weitesten sind. Und das ist auch sehr vielversprechend. Und vielleicht ist auch deshalb diese hohe Wirksamkeit gegeben. In diesem Fall, und hier kursieren im Übrigen sehr, sehr viele Gerüchte im Netz, die man einmal entkräften muss. Bei der Impfung aus Oxford in England hat man ein Virus, das normalerweise bei Schimpansen auftritt, etwas umgebaut. Und hat ein Eiweiß, das vor allem diesem SARS-2-Virus anhaftet, da drauf gegeben und das dann in den Körper geschickt. Und dort löst das dann eine Immunantwort aus. Das bedeutet nicht, dass uns dann die Haare wachsen und dass wir dann vielleicht auf die Bäume klettern. Sondern wir haben mit Schimpansen sehr viel gemeinsam vom Genetischen her. Und man hat dieses Virus so deaktiviert, dass es ganz sicher nichts mehr anrichten kann. Aber es ist ein gutes Vehikel, um es in den Körper zu bringen. Die andere, die deutsche Impfung, geht von einem noch moderneren Konzept aus. Hier schickt man eigentlich nur einen Bauplan in den Organismus. Und dort beginnen dann Zellen jenes Eiweiß zu bauen, für das dieses Virus sehr typisch ist. Und hier hat dann das Immunsystem 14 Tage ungefähr Zeit, um sich darauf einzustellen. Das Problem bei diesen Bauplänen ist, dass normalerweise das Immunsystem das sofort zerstört. Und hier hat man es durch sehr viel Forschung geschafft, das ungefähr 14 Tage bestehen zu lassen. Und dann hat das Immunsystem Zeit, sich darauf einzustellen und kann eine Immunantwort bilden. Und dann ist aber auch dieser Bauplan auch schon wieder verschwunden. Das hat man eindeutig nachgewiesen. Jetzt, wenn ich mich impfen lasse, dann bin ich ja individuell geschützt durch diese Impfung. Aber um die Pandemie sozusagen abzuschaffen, braucht es ja eine Durchimpfungsrate in der Bevölkerung. Wie hoch muss die sein? Und sind die Menschen in Österreich da bisher vielleicht ein bisschen zu impfkritisch? Wie wird das eingeschätzt? Es ist so, dass wir jetzt einmal abwarten müssen, wie lange hält denn die Immunität an dieser Impfungen? Das wird jetzt alles untersucht. Hält das länger an? Zumindest sehen wir jetzt einmal, dass es die Krankheit hintanhalten kann, die das Virus auslöst, dieses Covid-19. Und der nächste Schritt wird sein, wie lange hält die Immunität denn an? Wir können davon ausgehen, dass bei diesem Virus, und das wissen wir, wie viele Menschen es eben anstecken kann, dass wir circa 50, 60, vielleicht ein bisschen mehr Prozent der Bevölkerung immunisiert sein müssen, damit wir das Ganze dann auf lange Sicht ausrotten können. Und auf das wird es darauf ankommen. Und deshalb hat auch der Gesundheitsminister heute gemeint, 50 Prozent ist einmal das erste Ziel. Und je mehr sich dann beteiligen, umso schneller sind wir das Ganze auch wieder los. Danke, Günter Mayer, für Ihre Einschätzungen. Gerne.